Was geht YouTube? Und ja, ihr habt es richtig gelesen Leute, ich bin komplett bescheuert. Ich mache nämlich einen Road to Commander in Black Ops 2, das heißt, wir spielen ab Level 7, warum erkläre ich gleich, bis Level 55 komplett durch. Ich werde euch jede Runde zeigen. Daily Uploads auf Scorpion Plays sind dementsprechend zurück. Black Ops 2, jetzt fragt ihr euch, warum eigentlich? Und das frage ich mich eigentlich auch. Warum bin ich so bescheuert und mache das? Warum bin ich so dumm? Ich werde mir hier so viel antun. Die Gameplays werden wahrscheinlich katastrophal, weil es gibt nur noch wenig Lobbys. Die Leute werden sich meinen Namen einprägen, die Leute werden mir hinterherjoinen und ich werde komplett gefreezt und durchdrehen. Aber ich habe einfach Lust drauf, mir das noch ein letztes Mal zu beweisen, Black Ops 2 Content zu machen. Fragt nicht warum, ich habe einfach Bock drauf und deswegen mache ich es auch einfach. Warum Level 7? Ganz kurze Erklärung. Also folgendes, ich habe den Account jetzt so hinbekommen, fragt nicht wie, dass ich den Orbi frei habe. Ich dachte mir, wenn schon, machen wir es mal so, dass ich den Orbi nicht auf Level 39 bekomme, weil das wollen wir alle nicht. Wenn schon direkt von Anfang an mit Orbi durchziehen, ihr seht auch hier, ich habe schon diese beiden Klassen zum Beispiel. Aber zum Beispiel habe ich die ganzen Waffen, außer jetzt die hier, warum auch immer diese Waffen hier frei sind, habe ich aber hier zum Beispiel die Sturmgewehre und so werde ich ganz normal freischalten. Als ob wir das Spiel ganz normal spielen. Das war mir jetzt persönlich wichtig, weil ich keinen Bock hatte da irgendwie, da jetzt, dass dann auch die AN direkt frei ist und so. Wobei wir ein Freischalt-Token haben, ein dauerhafter Freischalt-Token und ich würde sagen, wir könnten uns entweder die AN holen oder ein C4. Ich glaube aber, ich nehme die AN. Aber erstmal machen wir ganz normal, wir spielen erstmal ganz normal. Ihr seht schon, das sind jetzt die beiden Klassen, die ich jetzt einfach zur Verfügung gerade habe. Die Waffen sind halt auch schon gelevelt, weil es Unlock All ist, aber ist ja auch eigentlich egal, weil der Rest ist ziemlich nice. Weil der Rest ist so, wie wir es kennen, quasi einfach Black Ops 2 ungeschnitten durchziehen. Wobei, wisst ihr was Leute, ich überlege, ach komm schon, komm, ich habe C4 jetzt geholt. Dann haben wir die AN eben erst am Ende, ist auch egal, weil C4 ist einfach auch geil in der Klasse zu haben, Freunde. So muss es auf jeden Fall sein. Ich würde sagen, wir spielen uns in der ersten Folge jetzt mal ein bisschen mit TDM ein. Wie gesagt, die, oh die Lobby sieht aber schön aus. Oh Gott, mein Controller rutscht die ganze Zeit raus. Ich habe so ein kaputtes Kabel, das ist so behindert, dass ich damit überhaupt spiele. Man, wählt doch Raid, was ist los mit euch? So, also wir gucken jetzt einfach, wie das läuft. Ganz entspannt, auf jeden Fall habe ich einfach richtig Lust gehabt und keine Ahnung, wie viele Folgen das jetzt auch werden. Ich werde so die Folgenlänge immer so auf, naja, circa 20 Minuten ungefähr, werde ich das so einrichten. Weil, why not einfach, why not? Ich habe Bock, ein Nuklear zu schaffen auf dem Weg zum Prestige, weil, keine Ahnung, ich habe einfach Lust drauf. Aber viele werden es wahrscheinlich, wie gesagt, nicht, weil die Lobby sind einfach voll mit Hackern und echt belastend, alles aber egal. Solche Videoformate wie das hier gibt es eigentlich jetzt kaum noch auf YouTube. Die Folgen werden wahrscheinlich auch nicht, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie gute Klicks oder so machen. Aber es ist, wie gesagt, einfach mal egal. Es ist einfach eine Sache, weil ich da Lust drauf habe und zwar wirklich extrem viel Lust. Keine Ahnung, wieso, Freunde, fragt mich nicht. Und das ist jetzt quasi die erste Episode, wo wir das Ganze jetzt hier machen. Ganz genau, Freunde. Ich kann ja mal gucken, wie viele Episoden wir brauchen werden, das kann ich gar nicht einschätzen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, was tippt ihr, wie viele Episoden es sein werden. So, wir fangen mit der Amta an, ist eine richtig unterschätzte Waffe, eine richtig gute Waffe. Die erste Runde im Road to Commander in einem Spiel, was über 6 Jahre alt ist, beginnt hiermit. Und das ist halt richtig geil. Ich wollte, ich habe wirklich die Bedingungen gehabt. Ich mache es nur, wenn ich das mit dem Orbi irgendwie hinkriege von Anfang an und das war jetzt halt so, dass es geklappt hat. Weil das ist auch einfach viel geiler zum Anschauen, weil Level 39 ist viel zu spät, Alter. Alter, ist das dunkel, manche hat den Typen kaum gesehen. Level 39 ist echt viel, viel zu spät. Und deswegen richtig, richtig geil, oder 41 oder so, ich weiß gar nicht, wie man den Orbi bekommt. Aber jetzt von Anfang an ist natürlich einfach mal was richtig, richtig Geiles. So, ich werde gleich ein Gameplay ein bisschen heller einstellen. Hup. Was? Weil ich habe ein Gegenlicht, ich habe ja jetzt hier mit Softbox und so und ich sehe dann einfach nicht genau... Also die Gegner in der dunklen Ecke sehe ich schlechter. Hau rein, Bruder. Hier unten ist einer. Also bisher läuft gut. Ich habe auch Magazinerweiterung. Man lädt bei dem übrigen Ferders, wer das nicht wusste, man lädt etwas langsamer nach mit Magazinerweiterung. So, komm her. Okay, er hat mir die Ehre komplett genommen. Mit Shotgun. Perfekt. Eine KD werden wir am Ende leider auch nicht sehen. Aber ist ja auch scheißegal eigentlich KD. Hauptsache wir machen diese Videoserie und wir leveln durch und wir können die Waffen dann immer erst freischalten. Es ist eigentlich ein ziemlich perfektes Konzept, finde ich. Es ist einfach geil. So, von Anfang an haben wir dann Chancen auf gute Runden, theoretisch halt, mit dem Orbi. Aber bis wir gute Runden haben, wie gesagt, bei den Hackern und so, das ist ja wirklich krank. Ähm, müssen wir einfach mal schauen. Du bist so gesprengt, Digga. Das war mir aber schon klar, dass du gesprengt bist. Das ist einer, ne. Das war voll an die MTA. Ich habe wirklich ungelogen seit 5 Jahren kein MTA mehr gespielt. Ohne Spaß jetzt. Safe 5 Jahre oder so. Keine MTA mehr in der Hand gehabt. Aber es läuft noch. Es läuft noch. Ich bin auch jetzt nicht eingespielt oder so. Ich habe jetzt direkt die erste Runde gestartet. Direkt, let's go. Gut, bis Level 7 habe ich kurz gespielt, aber das kann man nicht spielen. Ich bin immer sofort gequittet, wenn ich ein Level geschafft habe. Fragt nicht, wieso. Und ihr seht ja, das ist hier auch ein TDM. Diese klassischen Noob-Lobbys gibt es halt nur noch vielleicht einmal pro Woche. Aber öfter auch nicht. Ist halt einfach so. So, schnell durch hier. So, jetzt überlegen wir mal. Dieser Shotgun-Typ hier oben, der nervt mich auch extrem. G-Com erstmal. So, jetzt gehen wir hier außen rum. Die spawnen nämlich hundertprozentig hier. Okay, müsste ich eigentlich safe haben. Jawohl. Das war schon irgendwie klar. So, Drohne. Kommen, nehmen wir den da hinten erstmal. Amta ist echt eine nice Waffe, Leute. Ohne Scheiß. Oh, Ehre genommen. Vielleicht kriegen wir den ersten Orbi hin in der ersten Runde. Oh, oh. Ja, das könnte ein Sniper sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steht hier ein Geschütz in der Mitte. Da müssen wir natürlich aufpassen. Oh, oh. Teammate. Ah, ich dachte, Teammate hat den... Der Typ geht auch nur auf mich, Alter. Das ist auch crazy. Werden natürlich auch mal versuchen, Gäste zu haben. Ist klar. Na, das war GG's. Oh, ich hab ihn echt gekriegt, Digga. Wie peinlich. Ohne Scheiß. Wie kann man mit Remington Rotpunkt rumlaufen? Wo ist denn der Dude? Da? Da? Da hinten? Okay. Komm, warte. Ich hab ne Idee, was wir mit dem machen. Ne, ne. Das hier will ich. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Wo ist er? Auf ganz ehrenhafter Basis. Wo ist der denn, Digga? Okay. Gucken wir mal so. Ist natürlich auch schwierig, jetzt permanent durchzukommentieren. Das muss ich mir auch erstmal wieder angewöhnen. Er hat da die ganze Zeit gewartet, Freunde. Aber ich denke mal, ein paar Nuklears schaffen wir auf jeden Fall. Hauptsache 39. Alter Digga, mein Team ist ja so am Versagen. Das ist ja krank. Ich sehe die Gegner, wie gesagt, kaum. Ich mache auf jeden Fall gleich die Spieleinstellung heller. Sieht dann vielleicht im Video auch ein bisschen anders aus, aber... Warte mal, ich mach das jetzt mal schnell. Grafikeinstellung, Helligkeit. So muss ich jetzt machen, sonst... Ja. Aber ich denke mal, das wird für euch jetzt kein großer Unterschied sein. Vielleicht sieht es sogar auch besser aus. Aber sonst sehe ich einfach nichts. Und Sprinten. Also ich spiele mit... Wer sich das fragt. Ich spiele mit PS4-Controller. Weil das einfach... Ja, da bin ich einfach viel mehr gewöhnt. Digga! Ich dachte gerade, was ist das für eine Nacktschnecke? Okay, wir müssen jetzt hier aufpassen, dass hinter mir einer ist. Aber jetzt kann ich besser sehen. Das ist jetzt viel besser. Ja man, das hat was gebracht. Ich hab doch was gehört, oder? Ist eingebildet. Ist hier jemand? Wahrscheinlich Schritte gehörten, BO2, oder? Das geht doch gar nicht. Boah, mein Team kriegt ja so hart auf den Sack. Crazy life. Oho, der erste Turn-On wurde kassiert. Let's go. Perfekt. Der erste Turn-On ist direkt am Start. Upp. Ich hab das Saved erst da reingelaufen. Irgendwie sind das so komische Gegner, wo man einfach nicht checkt, wo die herkommen. Ich check überhaupt nicht. Ja, Schockladung, S-Me, die Kombination gibt's also auch immer noch 2019. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich muss mich echt ein bisschen ans Aim gewöhnen. Oho, hoo, hoo. Da wurde mir nochmal richtig mächtig die Ehre genommen. Da hab ich ihn geholt. Er spawnt. Okay, deswegen wusste er auch, wo ich bin. Alter. Der hat aber auch gut genommen. Ja. Ja, 2er KD. Auf ganz entspannt. Kapper. Konnte ich jetzt leider, wie gesagt, KD und so werden wir am Ende leider nicht sehen können. Vielleicht kann man irgendwie so monatliche KD oder so gucken. Müssen wir mal schauen. So, die Lobby ist halt dann doch nicht so geil gewesen. Aber wir bleiben auf jeden Fall drin, weil was bleibt uns anderes übrig. Wir können jetzt hier nicht Lobby surfen. Overflow, hätte ich sogar Bock. Hey. Ich kann nicht voten, er hat doch. Mann. Eine LSAT-Klasse müssen wir uns auch machen. Dann müssen wir aber, ich kann eh noch keine drei Aufsätze, ne. Dann mach ich, dann mach ich einfach Schalldämpfer schafft. Mit Schalldämpfer, ihr kennt das vielleicht noch von früher. Das macht einfach Spaß. Kann alles weg hier. Ja, dann packen wir uns hier noch Hardliner rein. Zähigkeit, Gewandtheit. Ah, da können wir sogar, ah ne, können wir noch nicht. Aber das können wir dann bald machen mit Extrembedingungen. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ja, geil, es ist jetzt Cargo geworden. Eine richtige Scheiß-Lobby auch noch. Gar kein Bock. Können wir mal Just for fun in Multiteam reinschauen. Wir werden jetzt eh reinjoinen. Ah, wir sind nicht mal reingejoin, wir sind jetzt in der Lobby. Ihr seht, ein Nut-Typ ist auch moderat. Es gibt auch nur ein COD, den Nut-Typen, Alter. Aber ich werde das jetzt auch nicht irgendwie versuchen aufzumachen. Ein Level haben wir schon geschafft, Freunde. Sehr gut. Herrschaft vielleicht irgendwas? Irgendwas? Hallo? Also es ist natürlich so, auch früher so waren die Roadtokumenters natürlich mit dem Lobby-Glitch und so noch ganz anders, weil da konnte man halt noch so kranke Noobs, da konntest du jede Lobby gegen Noobs spielen, theoretisch. Aber wir können ja einfach mal gucken, was geht. Wir müssen ja jetzt, wir gucken einfach, was Spaß macht, was so abgeht. Deshalb packe ich jetzt mein Handy hier weg, sonst nervt mich extrem in meiner Tasche. Die Lobby braucht man wahrscheinlich nicht spielen. Also das ist eben das Ding, so eine Lobby kannst du, da kannst du knicken, Alter, wo du da rein joinst. Ich versuche gleich mal Anton zu überreden, dass er eine Folge mit mir aufnimmt. Wir müssen einfach, glaube ich, TDM weiterspielen, zumindest jetzt gerade. Vielleicht füllen sich die Lobby-Seller dann wieder ein bisschen, aber jetzt gerade ist es echt so, Overflow, jetzt kommt es sogar Overflow, aber wahrscheinlich nicht so die Traum-Lobby. Overflow ist eigentlich auch eine richtig geile Map. Also die mochte ich immer sehr gerne. Konnte man sich immer gut, konnte man immer gut die ganzen Spots ausspielen und so. Ja, Mann. Das Spiel hat echt nur noch 9000 Leute auf der Playsee. Das ist so krass, ne? Das ist so wenig einfach. Das ist wirklich, die Zeiten sind einfach vorbei, Digga. Die Zeiten von Call of Duty sind einfach vorbei. Deswegen, dieses Video hier, diese Serie hier ist echt nur noch, weil ich Lust drauf hab. Ja, der Typ schreit direkt. Lass mal alles stumm stellen. Hier ist ein Gegner. Hier ist noch ein Gegner. Wupp. MP7 läuft schon mal gut. Kommt noch einer? Da hinten, ja. Ja, der kann mich nicht mit MP7 holen. Das ist die falsche Waffe. Dafür ist die richtige Waffe. Boah, hab ich ihm die Ehre genau. Ah, okay. Es wurde jetzt einfach zu schwierig auch langsam. Aber Konterdrohne haben wir schon mal. Also ich würde sagen, es läuft nicht schlecht. Plünderer hätten wir uns natürlich auch. Ja, stimmt. Eigentlich C4 ohne Plünderer bringt eigentlich gar nichts. Das ist ein C4 pro Leben. Ich weiß gar nicht, wann kriegt man denn Plünderer, Alter. Das ist eine gute Frage. Irgendwas mit Level 40 oder so. Ich glaube, die nicht hier sind, Digga. Die sind doch 100%ig hier. MP7 in your face. Also Aim? Okay. Aim läuft immer noch krank, muss man sagen. Ich finde es halt so perfekt für einen Road to Commander. Weil man halt eben wirklich, ja, eigentlich diese ganzen Waffenaufsätze nicht mehr hat. Man levelt halt einfach nur noch. Und das finde ich so gut. Waffenaufsätze leveln hat mir jetzt nie wirklich Spaß gemacht. Ah, ich habe keine... Oh, mein Gott, Digga. Ich wollte schon sagen, das war's, weil ich keine C4 in der Klasse habe. Muss ich mir gleich noch reinmachen. Alles klar, Digga. Erwischt. Okay. Hier rein. Wahrscheinlich challenge für mich da jetzt einfach, oder? Ah, Sniper hinter mir. Ja, ihr seht halt, guck mal, mein Team wird wieder komplett gesmoked, Digga. Gegner, Prestigemaster, alles. Das ist halt eben so ein bisschen das, was jetzt leider auch viel sein wird. Wie gesagt, diese heftigen Traumlobbys zu finden, wird wahrscheinlich einfach schwierig. So, Digga, mein Läuft mit der L-Sat ja so langsam. Ich habe sogar Leichtgewicht. Boah, Digga, komplett weggehauen. Okay, wir haben wieder ein Level geschafft. Hier oben ist doch safe auch noch einer drin, oder? Der Sniper, ist der hier? Warte mal eben. Niemals. Komm doch jetzt ans Fenster, Bruder. Was ist das? Was? Habt ihr das gesehen, Leute? Er hat mich mit der B23R angeschossen. Sorry, aber das ist doch niemals legit. Digga, what the hell? Er hat mich einfach angeschossen. Ich kann halt so von C4s und so zerstört werden gerade. Ist hier noch drin? Auf jeden Fall ist hier noch ein Zaktik-Einstick drin. Warten wir jetzt hier. Ne, das bringt es. Was? Wo kommt der denn her auf einmal, Digga? Das war es aber komplett, Mann. Direkt von hinten. Okay, komm, suchen wir nochmal neu. Eine Runde geht noch. Level 9 sind wir jetzt. Die Lobby sieht doch okay aus. Hijacked. Let's go. Eine gute Wahlbeteiligung. Auf jeden Fall. Normalerweise würde man jetzt genau hier cutten. Oh, das Gegner-Team sieht lecker aus. Komm, bitte lass uns das so spielen. Bitte. Ja, Mann. Endlich meine Lobby, die okay aussieht. Wahrscheinlich werde ich absolut gesmoked jetzt. Egal. Scheiß drauf. Ich werde auf jeden Fall jetzt immer die Ämter auspacken. Und wir können es dann ruhig so machen, dass ich dann immer die neuen Waffen, die ich freischalte, auch spiele, weil ich eben alle Aufsätze habe. Und das ist halt wirklich eine ziemlich nice Sache. Muss man halt ehrlich so sagen. So, wir packen uns jetzt Ämter aus. Hätte vielleicht schnelles Magazin nehmen sollen. Ich weiß nicht. Das ist eine schwierige Frage. Ist immer so eine Glaubensfrage. Magazinerweiterung oder schnelles Magazin. Wenn ich so sehe, was ich zu früher gerne hatte, hat auf jeden Fall die Facecam-Qualität. Das ist schon krank, wie das jetzt mittlerweile, was da jetzt alles möglich ist. So dumm hier lang zu laufen, by the way. Oh, der war noch einer kugeltot. Ehrenmann. Boah. Nein, ich dachte, er zieht mich nicht. Oh, ich wollte erst nicht auf mich aufmerksam machen, Mann. Okay, die Ämter lädt echt langsam nach, Alter. Okay, wir können direkt hier auf der... Ne, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, wir können hier bleiben. Irgendwie mein Sprinten, aber wobei mein Sprint einfach nicht dauerhaft. Und das muss man sich halt wieder angewöhnen, dass man wieder immer neu Sprinten drücken muss. Wupp. Ich denke, ich habe ihn sogar genau angeworfen, den armen Dude. Hier lang, mein Freund. So, wo seid ihr? Hello. Hello. So, Drohne, Kontradrohne ist da. So, laden wir mal kurz nach. So, hier kommt auf jeden Fall einer. Da kann man immer durchschießen. So, jetzt können wir schön hier lang laufen. Das ist der perfekte Laufweg gewesen. Jetzt kann man nämlich hier warten. Ganz entspannt warten. Wahrscheinlich holst du mich was, oder? Okay, die Feinde zerstören die Drohne. Das sind solche, Jungs. Das sind solche ganz üblen Boys. Ich wusste es. Bist du hier auch drin, oder nicht? Ja, du bist hier. Erster. Boah. Ehre genommen, Digga. Okay, ich will den Orbi nämlich haben. So, wo ist der letzte für den Orbi? Hier hinten irgendwo. Habt ihr den? Okay, den haben die. Oh, warte mal. Da habe ich doch was Leckeres gesehen. Das hier hätte ich gerne. Zu mitnehmen. Jetzt die Frage, spawnen die hinter mir, oder nicht? Oh, Orbi. Komm her, Digga. Ach, er ist unten. Okay. Okay, nice, Mann. Die AN ist natürlich sehr geil. Ich muss erst mal wieder Kill Priorisierung lernen. Der ist ein Ehrenmann. Digga, er challenged. Komplett One-Shot und challenged. Alles klar, Digga. Okay, komm her. Digga. Was? Oh mein Gott, Digga. Guck mal, das meine ich mit Kill Priorisierung muss ich erst mal wieder lernen. Gar nicht gecheckt, dass der da ist. Die klettern hier alle hoch. Mann, das sind solche weirden Gegner. Komm her, Bro. Ja, ich konnte nichts machen. Wäre ich aufgestanden, wäre ich auch gestorben. Ich habe halt keine Kugelweste. Ja, schade, Mann. Aber die Runde fängt schon mal nice an. Genau solche Runden will ich schön mit Orbi-Action und so. Ist der wieder unten, Digga? Der Typ läuft die ganze Zeit hin und her unten. Oh nein, ich habe ihn einfach nicht gesehen, Alter. Boah, Alter, das geht hier aber direkt rund. Ah, schade, Mann. Den Orbi hätte man eben noch ein bisschen besser nutzen müssen. Aber wie gesagt, ich muss es erst mal wieder voll rein kriegen. Aber ich glaube, das ist wie Fahrradfahren eigentlich. Okay, da ist keiner drin. Okay, da kommt einer. Kommt safe noch einer. Niemals war der alleine. Da hinten kommt gleich einer. Deswegen, wenn er kommt, ist es halt vorbei. Okay, wir spawnen hier. Ja, okay, keine Chance gehabt. No chance von no hands, Bro. Ich hoffe, ihr chillt schon, wenn ihr euch diese Folge hier reinzieht. Das wäre mein Wunsch dafür. Einfach zurücklehnen. Ich versuche nicht ganz so schlimm getriggert zu werden. Aber langsam spürt man natürlich den Hass. Weil ich jetzt immer noch Level 9 bin. Zwei Level, das ist natürlich wirklich schwach, Alter. In einer Folge. So würde das, glaube ich, 200 Wochen dauern. Assist, Assist. Was? Da war doch jemand. Guck mal, Digga. Guckt euch das an. Okay, von drei Seiten. Ja, 20-7. Ist natürlich jetzt nicht die Stabilzone. Können wir jetzt mal Level 10 erreichen, wenigstens? Oder was? Das ist komplett. Nehmen wir auch Prestigemaster im Team. Road to Prestigemaster können wir ja machen. So. Safe spawnen die hier. Genau so müsst ihr das machen. Da ist einer. Mann, Digga, der wird genau weggesnipet. Okay. Ja, das sind solide Szenen auf jeden Fall am Start. So. Konterdrohne. Da ist einer sogar. Oben ist einer. Er ist ein bisschen behindert. Was der oben ist, ist gerade für mich schwierig. Komm her. Als ob der wirklich weiterläuft. So, da kann man... Das würde kein Spieler der Welt so machen, Alter. Jeder würde zurückgehen. Aber er läuft weiter. Ja, Level 10, Mann. Wir sind die Kings. Okay, Leute. Danke fürs Zuschauen von der ersten Episode. Lasst auf jeden Fall gerne einen Like da. Würde ich mich drüber freuen. Checkt auf jeden Fall die letzten Videos gerne ab. Und ich würde sagen, Miss Lina wird hier erstmal noch ihre Nades. Schön. Oh, getunnelt sogar. Oh. Getunnelt auch noch. Also haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.